hallo und willkommen wieder zurück zu einem weiteren projekt ja wo sind wir denn hier es ist an sich kein neues projekt denn diesen kerl habe ich schon mal in so einer welt gesehen ja ich dich auch mein gott ja das ist nämlich project zero size quasi version 2 denn der erste server ist uns kaputt gegangen verloren gegangen von uns vernachlässigt worden was auch immer und deshalb haben wir uns gedacht wir könnten ja eigentlich ding machen ja und diesmal ein bisschen einer cooleren welt mit tolleren leuten nee scherz und ja einfach so ein bisschen gemütliches spiel ja und das ist wirklich spielen ja das ist jetzt auf der 1.9 das ist super finde ich toll ich habe noch nie wirklich auf der 1.9 survival gespielt also so richtig schon irgendwie ein bisschen ausprobiert aber ja das warum habe ich nicht scharf also sie haben ein bisschen viel viel tier fällt mir gerade auf dem anfang aber könnte ja nützlich werden ja also ich habe schon ein bisschen bäume und ich finde ich habe moment ich habe moment ein bisschen junk problemchen ja gut ist auch klar dass wir es auch eher die welt ist auch eher darauf ausgerichtet so leben probleme zu kriegen ja also ja was haben wir uns dabei überlegt eigentlich machen eigentlich normal so weit mehr oder weniger und was jetzt neu beziehungsweise speziell ist wir sind jetzt sozusagen nur noch zu zweit vorerst aber wir haben geplant ein paar leute je nachdem einzuladen wenn wir bock haben wann sie bock haben einfach so gast auftritte sozusagen also nicht genau leute leute die lust haben mit uns zusammen hier ein bisschen aufzunehmen können dann einfach mal kommen genau ein bisschen mit uns spielend genau genau und das ist eigentlich das sinnliches projekt einfach ein bisschen spaß haben ein bisschen chillen ein bisschen minecraft 1.9 spielen genau ein bisschen die welt genießen die ich sehr schön finde bisher und ich habe schon ziemlich vertrieben ich bin noch ein bisschen rumgeflogen und habe schon eine sache gesehen die ich unbedingt nochmals finden will denn dieser nicht in welcher richtung ungefähr ich denke das reicht jetzt an baum ja ich glaube in diese richtung da wo ich jetzt gerade hinlaufe warte ich gehe noch kurz ein bisschen stein und kohle holen dann können wir uns das ist eine gute idee schwertchen basteln das mache ich jetzt auch das sieht schon die welt sieht schon ziemlich geil aus ich bin gerade froh hat er mich dazu überzeugt so eine spezielle welt zu machen nicht mehr normal alter aber sobald du das sehen wirst wirst es ist einfach es ist nichts spezielles wo man irgendwie groß was dran bauen kann aber es ist einfach es sieht einfach speziell aus ist einfach cool aus irgendwie das jetzt noch sehen wir es noch sehen hoffentlich wenn sie es noch finden einfach beide klick auf ich fahre ein bisschen stein vorerst fallen damit die ein bisschen ich war ein bisschen kohle aber nachher auch steine also ich habe jetzt hier noch kohle jetzt übrigens eine sache die relativ speziell ist die welt ist ja relativ hoch und ich habe das so eingestellt damit es ein bisschen spezieller ist das lapis lasuli ein bisschen in der höhe ist nicht mehr tief das heißt wir müssen auf berge klettern wenn wir irgendwelche seltsame inseln finden was es durchaus geben könnte in dieser welt also die fliegen sozusagen dann werden wir wahrscheinlich lapis lasuli dort finden und nicht irgendwo anders das heißt ist einfach ein bisschen anders genau wieso macht die holzspitzacke nur so viel mit ich will das kann ich will dass die kaputt geht irgendwie ist das aber egal ich finde das jetzt irgendwie auch cool dass die ach so viel schaden macht ja gut dadurch soll ziemlich stark mit mit der axt statt mit dem schwert wenn du gegen creeper beispielsweise kämpfst oder schon noch noch back drauf hast du nicht ja achst hast glaube ich kannst du das spinnen mit dem krit one schatten ja das ist durchaus cool macht spaß so ich bin ja schon mal eine axt ein schwert steinspitzacke aber was eigentlich das sind hinter dieser dieser diesem lapis lasuli erhöhen einfach dass nachher auf den inseln quasi lapis lasuli hat oder was ja einfach das ist ein bisschen was spezielles ist dass wir nicht immer untergrund sind sondern auch genau dass es ein bisschen anders ist aber wir brauchen auch lapis lasuli wie lapis lasuli für entscharnten und ja du bist da unten ich kann sie kann ich nicht mit 1 das schwert kraften lassen keine ahnung vielleicht hast du auf 1 schon irgendetwas im items dort weiß nicht wie komisch aber keine ahnung warte sinnvoll aus stein stein könnte man noch eine axt kraft so ich würde jetzt mal versuchen kann ich lol du kannst hier waren schatten mit der axt wenn du kürt ist mit easy wie oft quittet man noch mal wenn ich relativ oft nie wenn du springst bei der stelle ist es toll gehen wir kürt töten einfach one shot ist es richtig mit der stein axt mit der stein axt das macht spaß so aber ich brauche wirklich ein bisschen essen was ich rausgefunden habe für das pvp was richtig cool ist irgendwie um maximalen schadens output zu bekommen ist wenn man einmal also die axt in der hand hält einmal drauf schlägt auf den gegner und dann ich habe und dann direkt auf das schwert switcht wettbewerb ist da nicht hingegangen auf dem berg über der sozusagen also auf dem hügel ich sehe kein berg schnell ich will nicht verhungern worauf spielen wir eigentlich auf einfach auf einfach warum spielen wir auf einfach eigentlich keine ahnung weil es einfach einfacher ist bedummt ähm ja jeweilig er keine ahnung ich finde zum einsteigen ist einfach das beste also ich starte ungern auf hart normalerweise starte ich ja also nicht einfach und dem her ich spiele gerne auf normal irgendwie ja gut okay mit 1.9 ist zwar alles ein bisschen schwieriger worden aber deshalb dass wir auch irgendwie ein weiterer grund auf normal zu spielen weil das irgendwie witziger ist keine ahnung ja du musst wissen ich hätte es jetzt lieber auf normal gehabt aber egal kannst du schon noch umstellen oder kann man das nicht hier drin doch willst du soll ich keine ahnung ich bin eh nicht so fan aber du kannst schon mir ist es egal muss okay dann lassen wir es so so es bleibt alles so wie es ist egal ob du hier bist und nicht so hauptsache ich habe jetzt lederstiefel an also ich würde sagen soll wir ein kleines häuschen noch kurz damit wir einen unterstupf haben ähm kleines häuschen wäre vielleicht ja gut aber das ist ein bisschen seltsam das häuschen das du jetzt gerade brauchst so äh ja schön soll ich äh leder irgendetwas bauen aus also eine rüstung ich habe jetzt mal schuhe gebaut einfach so aber ah du hast schon schuhe okay naja ich mach einen brustpalze und haben wir irgendwo eine blume hier haben wir eine blume ich will sie färben einfach weil das spaß macht hellgrau ja schau mal wie stylisch ich aussehe hallo skio hallo warte geh da weg oh egal was machst du eigentlich ich verstehe das gerade selbst nicht was ich verstehe ich will nur ich will nur nicht von skeletons getötet werden soll ich auf creeper jagd gehen ich habe ja eineinhalb rüstungspunkte so viel aber creeper oh gott no ha ha bei mir hat es gerade so einen richtigen lag und dann ist einfach so ein creeper so genau vor mich gesprungen das war relativ witzig so helfer 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 bin ha ha oh oh ha okay 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 der ofen ist jetzt ein bisschen komisch und die workbench egal hä ich verstehe es gerade gar nicht was oder eigentlich es ist einfach ein creeper es ist fast explodiert ich habe einmal kurz angegriffen dann hat es geleckt und dann war er weg aber nicht gestorben so meinst du ha 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 so und damit würde ich auch sagen ja stoppen wir an dieser Stelle auch mal die erste Folge ja leider freuen wir uns auf die nächste jihihi jihihi ne in diesem Sinne also wenn es euch gefallen hat dann dann ähm ja lasst ein like da würde mich sehr freuen wir uns sehr weiterhelfen schaut beim skios vorbei und ja ähm was wollte ich noch sagen ach ja genau wenn ihr unbedingt bock habt dann schreibt es in den Kommentaren dann könnt ihr eventuell auch irgendwann noch dabei sein genau so das war's oder ja genau okay in diesem Sinne tschüssi als Gerät greift mich an und tschüssi tschau und tschau schau und tschüssi schau ja b ja 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 ja